Sepsis oder auch Blutvergiftung erkennen und behandeln. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute dreht sich alles um die Sepsis, um die sogenannte Blutvergiftung. Wenn Bakterien, Viren oder Pilze ins Blut geraten, dann kann es zu einer Infektion kommen, die den ganzen Körper betrifft. Eine einfache Sepsis lässt sich mit Medikamenten bekämpfen, aber ein septischer Schock ist ein Fall für die Intensivstation. Bei mir ist Privatdozent Dr. Asham Mansur. Er ist Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin an den Asklepios Kliniken Schildautal-Sesen. Schön, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie uns, was passiert im Körper bei einer Sepsis? Bei einer Sepsis ist es so, dass es zu einer fehlregulierten Immunantwort auf eine Infektion kommt. Das heißt, das Immunsystem spielt verrückt auf eine bakterielle Infektion, Virali oder auf eine Pilzinfektion. Und somit kommt es zu einer Organdysfunktion. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Kreislauf betrachtet, dann kann es zu dem Bild des septischen Schocks kommen. Das heißt, der Patient hat dann einen sehr niedrigen Blutdruck, begleitend eine erhöhte Herzfrequenz. Wenn die Lunge betroffen ist, dann kommt es zu einer Dysfunktion der Lunge. Das heißt, das Blut wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff eingereichert. Und über die Lunge kann der Patient nicht ausreichend CO2 absondern und eliminieren. Wenn die Nieren betroffen sind, dann kommt es zu einer verminderten Ausscheidung von Urin über die Niere. Und wenn zum Beispiel das Knochenmark betroffen ist, dann kommt es zu einer verminderten Bildung von Thrombozyten. Das sind die Blutblättchen. Wenn ich da gerade einhaken darf. Das heißt also, im Grunde genommen ist es ja nicht ein Virus oder die Bakterien sind es ja nicht, die das alles erzeugen. Sondern es ist ja die Immunreaktion des Körpers, was Sie da gerade auch angekommen haben. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist das so, dass, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ein Patient entwickelt eine Lungenentzündung. Zum Beispiel eine Hauslichkeit. Das heißt, er bekommt zum Beispiel viral bedingt, entwickelt er einen Infekt und in der Folge später noch einen bakterienen Infekt dazu. Und er hustet ganz doll. Das Husten wird dann eitrig und viel. Und er bekommt kaum Luft und atmet schnell und ruft den Notarzt zum Beispiel, weil er nicht mehr kann. Der Notarzt kommt zu ihm und diagnostiziert tatsächlich dann das Krankheitsbild der Sepsis. Weil der Patient hat einen Infekt und dieser Infekt sorgte dafür, dass es zu einer generalisierten Entzündungsreaktion im ganzen Körper gekommen ist. Und das hat quasi die Dysfunktion der Lunge verursacht. Ja, das heißt, es gibt ja so klassische Reaktionen des Körpers, glaube ich, auch bei der Immunabwehr. Also, dass zum Beispiel die Gefäße sich weit stellen. Dadurch rutscht der Blutdruck runter. Dadurch hat das Herz mehr zu tun. Dadurch wird schneller geatmet. Habe ich das so richtig dargestellt? Genau, sehr gut. Und zwar ist das so, dass der Körper reagiert quasi vor Ort, da wo die Infektion vorhanden ist. Mit der Weitstellung der Gefäße. Und das Ganze führt dazu dann, dass mittels Einschwingung von Entzündungsmediatoren, zum Beispiel im Systemkreislauf, dass die Entstehung der Organ-Dysfunktion beeinträchtigt ist. Weil das sind ja Substanzen oder Proteine, die in der Regel nicht so stark vorhanden sind. Ach, und dann verstopfen die auch. Also, es geht nicht um Verstopfung, sondern die bringen quasi die Funktion der Organe durcheinander. Das heißt, sie führen zu Zellvermitteln, Zelldysfunktion, quasi auf Einzelorgan-Ebene. Und das führt dazu, dass die Organe nicht mehr so richtig funktionieren. Heißt das dann, also wenn man sich dann vorstellt, was merke ich davon, dass ich eine Blutvergiftung habe oder eine Sepsis oder einen septischen Schock, habe ich immer Fieber? Ja, das ist eine exzellente Frage, die Sie gerade gestellt haben. Das hat man früher immer so gesagt. Und mittlerweile wissen wir, dass das nicht so zwingend erforderlich ist, dass der Patient Fieber entwickelt. Weil wir Menschen sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, also gerade zum Beispiel junge Erwachsene, die eine sehr starke Immunreaktion aufweisen. Aber je älter wir werden, desto schwächer erfolgt diese Immunantwort. Das heißt, Menschen, die 65 und darüber sind oder 70 und älter, die reagieren auf einen Infekt immunologisch nicht so stark mit Entzündung wie jemand, der 20 Jahre alt ist. Und diese Entzündung bedingt ja quasi oder verursacht ja den Fieberanstieg. Das heißt, wenn ich einen älteren Herrn habe, der eine Pneumonie entwickelt hat, entwickelt dieser Mensch nicht zwangläufig auch Fieber. Sondern? Sondern er hat dann die Dysfunktion der Lunge. Das heißt, das Blut wird nicht vernünftig mit Sauerstoff angereichert. Er bekommt sein CO2 nicht abgeatmet. Aber er entwickelt nicht zwangläufig Fieber. Er kann zum Beispiel begleitend noch eine reduzierte Bewusstseinslage entwickeln. Das kommt sehr oft zum Beispiel bei älteren Patienten. Aber die entwickeln nicht unbedingt Fieber oder zum Beispiel Dachycardie. Das heißt, dass das Herz quasi schnell schlägt. Das muss nicht unbedingt so sein. Die Frage finde ich sehr gut, weil früher hat man zum Beispiel mit Antibioterapie gewartet, bis die Patienten Fieber entwickelt haben. Und wir wissen ja nach den aktuellsten Leitlinien, dass das nicht so sein darf. Ja, was heißt das denn dann, also wenn jemand zu Ihnen kommt, in die Klinik kommt, der eine Sepsis hat oder einen septischen Schock, wie erkennt Sie das denn dann, dass der den hat? Das scheint ja dann ja gar nicht so einfach zu sein. Da gebe ich Ihnen recht und deshalb ist das so, dass es wichtig ist, dass der Kliniker den Patienten quasi differenziert untersucht und alle wichtigen Parameter eruiert, um letztendlich dann die Diagnose zu stellen. Also es gibt zum Beispiel eine Empfehlung von den Fachgesellschaften, dass wenn ein Patient in die Notaufnahme kommt und eine Atemfrequenz aufweist, die höher gleich zu 22 die Minute ist, Tachycardie bietet, das heißt einen erhöhten Herzschlag, dass dieser Patient, wenn er noch zum Beispiel somnolent ist, Also halb weggetreten? Genau, das sind quasi drei Kriterien für die Notaufnahme. Also einmal die erhöhte Atemfrequenz, dann die erhöhte Herzfrequenz und die reduzierte Bewusstseinslage. Und wenn zwei von diesen Kriterien erfüllt sind, dann besteht quasi ein dringender Verdacht auf Sepsis. Das ist quasi so, um den Ärzten in der Notaufnahme zu veranfachen, die Sepsis früh genug zu erkennen. Vielleicht sagen Sie uns gerade mal, wodurch man die überhaupt bekommt. Also man kann ja zu Ihnen von außen kommen als Patient über die Notaufnahme. Es kann aber auch in anderen Situationen passieren. Also wer sind die klassischen Patienten, die eine Sepsis oder einen septischen Schock bekommen? Klassische Patientinnen sind Patientinnen, die auf dem Boden einer Pneumonie Sepsis entwickeln. Lungenentzündung, ja. Lungenentzündung, genau. Oder auf dem Boden einer Bauchfellentzündung, zum Beispiel im Rahmen einer Darmperforation, eine Sepsis entwickeln. Häufig sind auch Patientinnen, die eine Urosepsis entwickeln. Das heißt, Harnwegsinfekt zum Beispiel führt dazu, dass sie eine Sepsis entwickeln. Aber auch Patientinnen, die zum Beispiel eine offene Wunde haben, die quasi sich verschlechtert und eine Sepsis entwickelt. Das sind so die häufigsten Krankheitsbilder. Wenn das so schwierig ist zu erkennen, ob wirklich nun so eine Sepsis vorliegt oder nicht, reicht es denn dann, dass man auf die Geräte guckt, die einem sagen, der Herzschlag ist so, der Puls ist so, die Temperatur ist so? Oder muss man da auch als Arzt auf besondere Dinge achten im erhöhten Takt, sage ich mal? Ja, also sehr wichtig ist es, dass man jeden Patienten, der eine vitale Bedrohung aufweist oder kurz davor ist, die eine oder andere Organisfunktion zu entwickeln, quasi in den Fokus nimmt und nachschaut, wodurch das jetzt bedingt ist. Also das heißt, wenn zum Beispiel, wenn wir auf der Intensivstation eine Patientin haben, der jetzt postoperativ am zweiten Tag plötzlich eine erhöhte Atemfrequenz aufweist und begleitend noch zu viel Drachealsekret zum Beispiel sich bei ihm bildet, dann muss man dringend daran denken, dass dieser Patient jetzt einen Infekt hat, der diese Organdysfunktion, in dem Fall Lungendysfunktion, verursacht hat, um die Therapie schnell einzuleiten. Was wäre denn dann die Therapie? Also es ist überhaupt die Frage, wenn diese Sepsis von verschiedenen Organen oder verschiedene Organe betreffen kann, wie therapieren Sie denn dann? Die Therapie ist die schnelle, zeitige Antibiotika-Gabe. Wir wissen zum Beispiel aus vielen Studien, dass die verzögerte Gabe von Antibiotika die Mortalität immens steigert. Deshalb muss ein Patient, der einen dringenden Verdacht klinisch auf einen Infekt aufweist, antibiotisch behandelt werden. Vorher wurde man Drachealsekret gewinnen, um quasi eine empirische Antibiotika-Therapie zu beginnen und gleichzeitig nachzusehen, was für ein Erreger dahinter steckt. Das heißt, man schickt ja die Proben weg und beginnt sofort mit der Antibiotika-Therapie. Dazu noch wird empfohlen, Leitlinien gerecht zu therapieren, und zwar mit Flüssigkeit, mit Infusionslösungen. Um den Druck in den Gefäßen wieder zu erhöhen, glaube ich, oder? Genau. Es geht ja um die verbesserte Perfusion, damit die Organe besser mit Blut versorgt werden. Weil dadurch, dass es zu einer generalisierten Entzündungsreaktion kommt, kommt es ja sehr oft zu einer Hippoperfusion oder zu einer Dys-Versorgung der Organe mit... Genau. Zu wenig Blutdruck, zu wenig Blut. Genau. Zu wenig Blut in den Organen. Richtig. Genau. Und muss man sich nicht auch um das Organ kümmern selber noch, das Probleme hat? Also beispielsweise die Lunge? Ja, das ist auch eine exzellente Frage. Und zwar ist das so, dass wir die meisten Organdysfunktionen behandeln können auf einer Intensivstation. Das heißt, wenn die Lunge versagt, wenn der Patient viel zu schlecht oxygeniert und sein CO2 nicht abgeatmet bekommt, muss dieser Patient quasi an einer bestimmten Grenze mechanisch ventiliert werden. Das heißt, er muss eine Beatmung. Und wenn es die Niere wäre, dann wäre es... Wenn es die Niere ist, dann wäre das die Dialyse zum Beispiel. Ja, das heißt, man würde das Blut filtern. Ja, das heißt, man würde... Also man unterstützt sozusagen das Organ noch zusätzlich bei seiner Arbeit, solange bis der Körper es wieder alleine leisten kann. Richtig, genau. Und deshalb heißt das, das Wort Unterstützung ist sehr gut, weil das heißt ja, eine organsupportive Therapie. Ja. Wie hoch ist die Chance, dass man von dieser Sepsis oder dem septischen Schock geheilt wird? Also dass man da, ja, also dass man das sozusagen wirklich erfolgreich bekämpfen kann. Also Gott sei Dank ist das so, dass durch die Einleitung der Therapie schnell und durch die ganze differenzierte Vorgehensweise, wenn es um Ergandisfunktionsbehandlung geht und die moderne Medizin, kann man schon sagen, dass wir nahezu 70 Prozent oder bis zu 70 Prozent der Patienten quasi damit gesund bekommen. Ja. Und je eher der Patient zu Ihnen kommt, desto höher wird wahrscheinlich die Chance sein. Richtig. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.